die die 90 ist wieder da habe ich ja bemerkt vorhin aber dachte vorhin die wäre eine neue waffe die alles weglesen dieser kopfschluss modus jetzt ist das schon ein bisschen nervig weil man schießt ja gewohnt meistens auf dem rücken ist sehr gewohnt darauf zu schießen besonders kann man nicht immer headshot treffen die Leute ich kann öfters zu treffen und kam frisch hinter auch das stummen was man daran gewöhnt hat einfach offen rücken oder braucht zu zählen auf dem körper bei dem und muss man auf dem kopf hier mit dem stummengewehr epic games weiß nicht mal wie schwer das ist mit dem scheiß stummengewehr da kommt auf dem kopf zu zielen auf dem kopf ab 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 Team ist nicht Aloppo. Team ist nicht Aloppo. Weißt man ja nie vielleicht war dieser Typ da ein Stream-Snap-Hopper. Oh, it's not going. Okay. 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 Bist du mega? Bist du tanzen? Gerade ist gar keiner wieder da. Da ist einer abgezischt, aber da ist einer. Genau in dem Moment geht das zum anderen Sound. Okay. Okay. So ein Lauch, ne? So eine Lauchzwiebel. Digga, das war richtig Lauchstyle. Mensch, ganze Zeit Scheißschutzpistolen. Ich kann die in der Luft die ganze Zeit treffen. Und der, und er erzeptet es nicht. Und dann schießt er noch die ganze Zeit mit P90. Wo ist dein Gedächtnis? Wo ist es? 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 Nochmal? Nochmal, glaube ich. Ne, P90. Wo ist es? 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 Es hat jeder eine dumme P90 in der Hand. Und will sich damit lasern. Hat aber keinen Aim, weil er sie wieder seit 1000 Jahren nicht mehr gespielt hat. Das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Das ist halt so. Ich habe das immer gespielt bei anderen Spielen. Bei Kreative. Vielleicht mit LaFamilia oder so. Und bei Gästen habe ich damit gespielt. Ich finde, kann ich die Waffen auch relativ gut. Ich kann sie auch einfach so gut. Die Technik bei der P90 ist, nicht zu aimen. Die Waffe, kein Aim muss. Ist so viel Treffen. Und durch Wände viel Glücksschul. Das ist so. Bei der Waffe. Das ist so. Ich weiß nicht. Ich hasse es gar. Eine goldene Skava. Die macht nicht ratatata. Sondern kach kein Treffer. Bis auf einmal. Krippig Taktik. Willst du? Komm, zeig deinen scheiß Kopf. Komm. 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 How. hosow jubca us- ic ap dass grün ist sie unterfallen die sieb aber hat gar nichts mit unions Ich muss ja das irgendwo rein. Nee. Doch nicht drauf. Komisch. Ah, das. Vielleicht waren das Traps. Ich dachte schon, das wären Minis. Das war so eine doofe Trappe. Trap. 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 T spinn. Trap. 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 da müssen auch ein bisschen vorgelassen ich bin nur ein Tag drei Tage wäre auch zu viel wenn das jetzt zum Beispiel am Freitag wäre dann wäre das mega scheiße denn genau da haben alle Mitglieder frei die die darf ich mit der waffen nicht da musst du einfach in dieser ecke gehen wo ich da war gerade eben und dann mit der p90 rein schießen du kommst da zu 100 prozent durch die wand egal wie gut wie schnell abbauen kann ob er pt spieler ist oder nicht glitsch da einfach durch und kannst ihm töten das ist ja das krasse an der taktik ich mache kippen und Nein, nein. Danke für diesen schmackhaften, leckeren Kühl. Danke für diesen leckeren Nut. Danke für dieses ganze Leckere. Lug, 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 Lug. Beste. Geil hier, Raketenrodeo. Ey, das passt voll auf Eis. Wenn man das auf Eis macht, man ist richtig schnell. Moneyweight. Was machst du so? Ist so dumm, ne? Er hat doch gesehen, dass du mir... Du hast doch gesehen, dass du mir Schild abgezogen hast. Was machst du so? Was machst du denn? Du hast ja, das schmackhaften Dating. Ja, ich schnecke, das ist bekannt. Was machst du? Was machst du? Sch Teig? Ich werde hier angegeben. Oh gott du das! ein bei der Klappe Und wo? Kommt davon an so ein bisschen? Habt' ich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Auch schon der nächste. Als die machen richtig Augen. So die sind auf der anderen Seite. Oh, noch zwei Spieler. Ich hab Schenkel. Das ist auf der vorletzte Spieler. Das ist auf der anderen Seite. Oh, noch zwei. 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 Erste Runde, erster Win, Ehre geflexelt.